Grüß Gott, liebe Hildegard-Freunde, hier ist wieder Helmut Posch vom bunter Freunde Hildegards. Und wir sprechen heute über weitere gute und bewährte Mittel in der kalten Jahreszeit. Es ist ja eher die Jahreszeit, wo man dann vielleicht einmal mit Fieber im Bett liegt. Und bei Fieber, da bietet uns Hildegard von Bingen die Meisterwurz an. Und wenn man jetzt Fieber hat, dann nimmt man einen Teelöffel von der Meisterwurz und gibt sie in ein halbes Glas Weißwein hinein. Und zwar über Nacht, also in ein ca. 16 Liter Glas Weißwein. Und am Morgen wird dann dieses halbe Glas mit weiterem Weißwein aufgefüllt und die Meisterwurz entfernt. Und diesen bereitenden Ansatz, den dringt man dann vormittags schluckweise auf. In vielen Fällen ist damit dann das Fieber bereits am darauffolgenden Tag wieder weit gesenkt oder sogar völlig verschwunden. Dennoch schreibt Hildegard aber bei dieser Anwendung, das nehme an drei oder fünf Tagen. Nun, warum wird das so sein? Ich kann mir das nur so in Richtung von verschiedenen Anwendungen aus der Medizin vorstellen. Wie es zum Beispiel bei Antibiotika ist, das soll man auch länger einnehmen, damit dann der Kranke vollständig gesund ist. Dass einfach die restlichen Keime oder die restlichen Probleme, Schadsefte, die im Körper sind, hier mit dem Mittel, mit der Anwendung noch aus dem Körper gebracht werden können. Oder für den Körper soweit unschädlich gemacht werden können, dass es dann zu keinen weiteren Problemen kommt. Auch dann vielleicht nicht, wenn es zu einer späteren erneuten Erkrankung kommt und man wieder auf dieses Mittel zurückgreifen möchte. Also bitte daran halten, auch wenn das Fieber schon wieder vorbei ist, bitte dann doch drei Tage lang am Vormittag diesen Ansatz immer trinken. Der wird einfach immer am Abend frisch zubereitet. Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung von Fieber, das stellt uns Hildegard den Flohsamen vor. Und zwar schreibt sie, wer Flohsamen in Wein kocht und so den Wein warm trinkt, dem tilgt er starke Fieber und die gedrückte Stimmung eines Menschen macht er froh durch seine süße Gemischtheit. Er hilft dem Gehirn zur Gesundheit und stärkt es durch seine Ausgeglichenheit. Bei Fieber im Magen oder Darm koche Flohsamen in Wein, seihe den Wein ab, gebe den Flohsamen in ein Tüchlein und binde ihn so warm über den Magen oder Darm und die Fieber werden weichen. Es ist dabei egal, ob schwarzer oder gelber Flohsamen verwendet wird, beide zeigen hier die gleiche Wirkung. Neben Fieber ist teilweise auch der Husten natürlich ein Problem in der kalten Jahreszeit und ein besonders bewährtes und gutes Mittel, das schon viele, viele Jahre den Einsatz bei den Hildegard-Freunden findet. Das ist das Wermut-Olivenöl oder manchmal auch einfach nur Wermut-Brustöl oder Wermut-Öl genannt. Es ist ein sehr gutes und schnelles Mittel bei Husten und auch bei Reizhusten, über das Hildegard schreibt, wenn irgendein Mensch in der Brust und um die Brust leidet, sodass er davon zu husten anfängt, den salbe damit dort auf der Brust. Wenn es ihm in der Seite wehtut, reibe ihn dort ein und es heilt ihn innerlich und äußerlich. Dieses Mittel oder diese Anwendung hat sich insbesondere auch bei Kindern besonders bewährt. Am besten salbt man im Betarsfall die Brust und den Rücken mehrmals täglich gut ein und hält die Körperstellen dann auch gut warm. Das Wermut-Olivenöl nimmt den Brustreiz und den Husten meistens sehr rasch und mildert das schwerfällige Befinden. Und so schlafen dann Kinder wie Erwachsene abends auch einfach besser ein oder wachen dann in der Nacht nicht so oft auf. So, das war's für diese Ausgabe. Es würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind beim Bund der Freunde Hildegards. Hildegards